Herr Mischelmann für Kai Lehmann live hier am roten Teppich in der Frankfurter Festhalle. Bei uns Marika Kilius, eine Legende. Ich grüße Sie auch. Eine Legende, eine Legende. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Sie sehen heute noch so aus wie vor 20 Jahren. Haben Sie eine Erfolgsreze? Ja, sehr schön. Bewegung, wirklich. Das hört sich vielleicht blöd an und einfach, aber es ist ja gar nicht so einfach mehr. Es ist ja selbst auch faul und ich bin auch faul. Und das ist für mich halt das Wichtigste, ist Bewegung. Ja, aber es ist nicht geschmeichelt, das ist so. Sie haben Gold in den Haaren. Ich habe 60 Jahre Jubiläum dieses Jahr. Meine Friseuse hat gesagt, da hat ich das erzählt gehabt. Und da hat sie gesagt, also wir machen auf jeden Fall jetzt mal Gold in die Haare. Blattgold muss jetzt in die Haare. Also, bitte dann mach mal. Für die, die es nicht wissen, vor 60 Jahren wurden Sie Paarlaufweltmeister mit Hans-Jürgen Bäumle. Ist es für Sie überraschend, dass man heute noch darüber spricht? Eigentlich, die Presse, ich hätte jetzt gar nicht daran gedacht, ja, aber die Presse, die ist da sehr, ja, aufmerksam. Und so jede, Davos damals, als wir das erste Mal Europameister geworden sind, das haben die Schweizer gemacht, haben ein riesen Jubiläumsfest gemacht. Also, ja, und diesmal war es wieder die Presse. Ja, sonst hätte ich es vielleicht verpasst. Schauen Sie sich heute noch Eiskunstlauf an, wenn ja, im Stadion oder am Fernsehen nur? Nur am Fernsehen, ja. Auf wen oder was freuen Sie sich heute am meisten? Ach, das werde ich jetzt mal schauen. Also, wir hatten ja hier noch keinen Ball. Und doch, wir hatten schon hier Bälle. Die waren nicht so schön. Also, ich hoffe, der wird diesmal ganz toll. Dann bleiben Sie so jugendlich und viel Spaß heute Abend. Vielen Dank Ihnen auch. Viel Spaß.